Verteidigen ist eine absolute Qual in FC24 für dich und solche Ergebnisse mit richtig vielen Gegentoren sind komplett normal für dich. Dann zeige ich dir einen kleinen Trick, wie du sofort garantiert weniger Gegentore kassierst und der geht so. Das einzige, was du wirklich jetzt machen musst, ist einfach unter deinen Spieleinstellungen reinzugehen, dann auf Gameplay und dann unter Verteidigen bzw. Defending und dann musst du statt Tactical Defending, musst du einfach Advanced Defending auswählen und das ist schon mal das Wichtigste, was du machen musst. Jetzt stellst du dir natürlich die Frage, war es das Wickel jetzt schon? Nur das musst du umstellen, damit du besser verteidigst? Ja, eigentlich schon und zwar ist es einfach so, dass dieses Defending oder dieses Verteidigungsstil dir einen riesen Vorteil gibt und den zeige ich dir jetzt. Und zwar sehen wir hier im Hintergrund den genauen Anteil leider auf Englisch, aber ich kann es natürlich übersetzen, das, was der Unterschied ist zu Advanced Defending bzw. was es hinzufügt. Und zwar sehen wir das, wenn man natürlich Kreis macht, dann hat man ein ganz normales Tackle, wie man es auch kennt, aber wenn man jetzt X drückt auf der Playstation, ist es so, dass man eine Shoulder Challenge oder Seal Out, das heißt, dass man einen sehr heftigen Körpereinsatz der Spieler macht und dann sozusagen einfach, es ist einfach eine neue Animation, wie wir sehen unten im Text und dieses führt einfach dazu, was einfach absolut overpowered ist bzw. richtig gut klappt, um dann den Gegner vom Ball zu trennen und wie das genau aussieht, seht ihr jetzt in ein paar Spielzehen. Vorweg noch ein Shoutout an Nophil und zwar hat er das Ganze entdeckt und ihr könnt gerne mal auf den Link klicken und bei ihm vorbeischauen. Und vergesst nicht ein Abo dazulassen, um weitere Tipps zu FC24 nicht mehr zu verpassen. Hier im Hintergrund sehen wir jetzt ein paar Spielzehen, einfach wo ihr darauf achten müsst, auf den Verteidiger, dass er wirklich mit seiner Schulter richtig reingeht und dann einfach den Gegner den Ball abnimmt und dafür haben wir auch mehrere Beweise, auf jeden Fall und es klappt halt wirklich auch gut. Und nein, der Schiedsrichter, auch wenn es ein hartes Einsteigen ist natürlich, ist es so, dass der Schiedsrichter nicht unbedingt einen Foul pfeift und so weiter, sondern das ist natürlich echt, ja ich weiß nicht, die Animation sieht heftig aus, aber der Schiedsrichter bestraft es nicht. Jetzt stellt sich natürlich auch noch die Frage, gibt es Spieler, die besser sind, so zu verteidigen mit der neuen Animation als andere? Und da würde ich sagen, ja, gibt es auf jeden Fall und zwar natürlich einmal, dass offensichtliche Leute oder Spieler, die einen höheren Verteidigungswert haben, also speziell Verteidiger und so weiter, die sind natürlich dort besser drin. Aber es gibt auch noch einen riesen Vorteil und zwar sind das, wenn diese Spieler einen neuen Playstyle haben. Und zwar gibt es zwei Playstyles, die absolut richtig gut sind und das ist einmal antizipieren, das sehen wir jetzt hier im Hintergrund, wie dann, ja, das aussieht mit antizipieren, einfach dieses normale, ja, Erklärvideo haben wir hier im Hintergrund und dann noch einmal den Bruiser Playstyle und zwar sehen wir hier auch nochmal im Hintergrund die Animation, wie es da im Generellen aussieht und wie er dann halt wirklich auch den Ball stoppt und das sind die optimalen Voraussetzungen, damit auch diese Animation absolut overpowered wird. Hier im Hintergrund sehen wir dann zum Beispiel auch ein paar Spieler, die beide Playstyles sind, also die geeignet sind für vor allem dieses neue Art von Verteidigen und zwar sehen wir da zum Beispiel Koulibaly, Grimaldo, Hernandez, Grinja, Bremer und Thiago Silva, die sehr gut sind und sehr gut geeignet sind, vor allem für das neue Art von Verteidigen.